Wir brauchen denn noch ein paar Orcas als Wachpunkt. Das dauert ein bisschen lange mit dem, ey. Neue Superwaffe der Aliens. Ja, ja. Spaltgenerator geortet. Neues Bonus-Ziel. Den Spaltgenerator werde ich nachher übernehmen. Unsere Basis wird angegriffen. Das sollte eigentlich kein Akt sein. Ist er erstmal bald fertig? Jo. Jetzt geht's auf zur Waffenfabrik. Wir werden aber auch in der Zeit speichern. Spiel speichern. Ähm, ja. Ich habe nämlich auch vor, demnächst die Jungenkanone schon zu bauen. Um halt hier oben ein bisschen Ruhe reinzukriegen. So dass die Not einfach nicht nerven können. Und meine Maus ist leer. Ich muss die Kurzmacht. Wir müssen in Kürze expandieren und mehr Tiberium abbauen. Ja, ja. Weil hier sie einen Landvermesser über die Schlucht und dort eine Baustür schlichten. Ja, aber was sie gerade macht. Ja, aber gerade was ich mache. Bau abgeschlossen. Neue Bauoptionen. Ausbildung. Produzieren wir mal. Bau unterbrochen. Davon zwei. Bau unterbrochen. Abgebrochen. Besser gesagt, dass mein Reaktor. Ocker bereits hört. Ziel kommt schnell näher. Sämtliche Einheiten in sich. Aber verdammt. Unsere Basis wird angegriffen. Verdammt, verdammt. Auf zum Tiberium fällt. Wird repariert. Sammler wird angegriffen. Jetzt mal. Wird gebaut. Lade bereits. Sammler sammelt mal dahinten. Ocker einsatzbereit. Verdammt. Abgeschlossen. Wird gebaut. Feuer frei. Natürlich ist der Rückzug down. Oder auch nicht. Ich kann aber gut geschlossen. Wird gebaut. Feindliche Einheiten in sich. Ich kann ruhig mal was anderes analysieren. Wird repariert. Sammler wird angegriffen. Ah komm. Bau abgeschlossen. Alter, was machst du da? Angegriffen. Sammler verloren. Lader bereit machen. Ach nö. Bei der Selbstmord. Ach, das ist ja schon der Fahrzeugkennator. Und nochmal an. Ja, ähm. Okay. Die Herausforderung stellt sich ein bisschen stärker da als gedacht. Hm. Okay. Das ist unterwegs. Unzureichende Mitteln wird gebaut. Kommande. Ich feiere, äh, ich feiere, die Orcas bleiben hier bestehen. Wir müssen in Kürze expandieren. Die beiden lassen wir auch mal stehen. Bringen Sie einen Landvermesser über die Schlucht, um dort eine Basis zu errichten. Die. Bau abgeschlossen. Neue Bauoptionen. Ausbildung. Bauen wir lieber mal ein paar Panzer. Wird gebaut. Oh, keine Energie mehr. Wird gebaut. Habe ich gerade noch so im Augenwinkel gesehen. Aufgepasst. Die bräuchte ich natürlich noch drüber, aber falls die sich... Unsere Basis wird angegriffen. Feindliche Einheiten in Sicht. Ja, genau das ist es nämlich. Oh nö. Bau abgeschlossen. Gebäude verkauft. Orca einsatzbereit. Bau abgeschlossen. Ich kann ruhig dichter kommen. Ungeeigneter Bauplatz. Wird gebaut. Mammut. Das sind nämlich so lästig, junge Dinge. Völlige Überlegenheit. Wir hauen ja auch alles weg, so schnell wie geht überhaupt. Bau abgeschlossen. Ungeeigneter Bauplatz. Wird gebaut. Unsere Basis wird angegriffen. Ich baue mein Geschütz auf. Kaputt. Ich komme noch niemals zum Reverieren. Einheit wird angegriffen. Orca Einheit. Und dann bin ich in den Orcas kann ich auch nicht mehr ansetzen. Die hochkaufe. Laden. Ich weiß nicht, wie ich das angehen soll. Oder ein paar Pitbulls bauen. Ich glaube, ich baue erstmal ein paar Pitbulls. So, dass die da rüber gehen. Das ist gut. Ich hoffe einfach mal, dass ich die denn verkaufen kann. So, das hier kann ich auch immer verkaufen. Gebäude verkauft. Wir müssen in Kürze expandieren und mehr Tiberium abbauen. Ah ja. Bringen Sie einen Landvermesser über die Schlucht, um dort eine Basis zu errichten. Bau abgeschlossen. Schade. Bau abgeschlossen. Und irgendein Teil ging das nämlich. Dass man so die Einheiten verkaufen kann. Neue Bauoptionen. Wird gebaut. Ausbildung. Zehn Pitbulls. Ähm, was ist Upgrade? Bau abgeschlossen. Unsere Basis wird angegriffen. Feindliche Einheiten in sich. Wir sind bereit. Also, die Pitbulls bauen, oder kommen ja relativ schnell. Wenn die denn halt hier durchziehen. Pitbull ist einsatzbereit. Einheit wird angegriffen. Nein, zurück, zurück, zurück. Sie sind mir wird angegriffen. Pitbull ist einsatzbereit. Einheit verloren. Jetzt macht Not noch hier einen Strich durch die Rechnung. Mein Gott. Pitbull ist einsatzbereit. Haben die keine Hobbys oder so? Okay. Sie haben noch nicht genug. Pitbull ist einsatzbereit. Unsere Basis wird angegriffen. Komm hier, DM'n, produzieren, reparieren. Wird repariert. Pitbull ist einsatzbereit. Einheit befördert. So, wo ist er denn? Da. Wieder, sollte er machen. Spaltgenerator online in fünf Minuten. Ja, ja, die fünf Minuten kriegen. Ich muss jetzt erstmal auf Pitbulls gehen. Weil die doch mehr Schaden als gedacht reinhauen. Pitbull ist einsatzbereit. Pferd mal dahin. Und los. Sind unterwegs. Pferd mal dahin. Zum reparieren. Dann werden wir uns gleich nochmal die Reignanz erforschen. Weil ich würde hier ganz gerne mal mit den Dingen durchzuppeln. Pitbull ist einsatzbereit. Mit den... Ah, wie heißt es? Pitbull ist einsatzbereit. Ne, klar. Pitbull ist einsatzbereit. Pitbull ist einsatzbereit. Feindliche Einheiten in sich. Einheit wird angegriffen. Ah, naja. Ich habe so viele Pitbulls. Pitbull ist einsatzbereit. Sonne wird angegriffen. Wie sollten es eigentlich hinkriechen? Einheit besaubert. Pitbull ist einsatzbereit. So, das ist relativ groß. Verstecken Sie sich. Wir würden natürlich hier unten gehen jetzt alle wegziehen. Ich werde aber trotzdem nochmal speichern. Und warum ist mein Mikrofon hochgegangen? Ich weiß es nicht. Ich hoffe mal, dass ich trotzdem gehört wurde. Und versteigt die Party. Was jetzt? Gegen wen geht's? Da brauchen wir noch Menschen, oder? Pitbull ist einsatzbereit. Kein Problem. Kein Problem. Kein Problem. Mal die Dinger kaputt machen. Yeah. Was aber, glaube ich, als schlecht bewiesen ist. Ja. Weil so meine Pitbulls auseinanderruppen wie nichts. Also brauche ich... ...doch die Mammutpatze. Dass die da durchgehen. Wo verstecken Sie sich? Danach... ...bauen wir erstmal noch einen Sammler. So, dass die Geld zuvor auch stimmt. Falls der kaputt geht. Das ist ja auch kein Thema. Gegen wen geht's? Sind zu allem bereit? Pitbull ist alles bereit. Wir sind bereit. Unzureichende Mittel. Unzureichende Mittel. Sagt mein Sammler hier drüben überhaupt. Hm. Alles okay. Aber der macht mir doch ein bisschen gedankt. Feindliche Einheiten in Sicht. Ich baue mal trotzdem jetzt mal ein Interview. Ich gucke mal, den irgendwie... ...da so rumschlängeln kann. Und natürlich ist das jetzt eine optimale Verteidigung gegen die Nord. Weil die ja dann mehr geht's. Wenn nur unterwegs. Alles bereit. Ist der Weg sicher? Expansionspunkt. Ich glaube, den kann man sogar einnehmen. Kriegt man aber tolles. Melde mich zum Dienst. Hm. Das Buzzernest wird mich aber gleich wahrscheinlich aufregen. Die Phasengeneratoren sind immer noch aktiv. Bin unterwegs. Ich hoffe einfach mal, dass das nicht so weit ist. Einheit wird angegriffen. Ich glaube doch. Auf zum Tiberiumfeld. Unsere Basis wird angegriffen. Ziel wählen. Tiberiumfeld abgebaut. Abweil abgeschlossen. Hey, muss man doch so machen. Leider. Ich hätte den ganz gerne übernommen. Aber das ist doch zu doll. Okay, ich kann den Neu-Wohl scheinbar nehmen. Spaltgenerator online in zwei Minuten. Einheit verloren. Einheit wird angegriffen. Ja, genau. Auf geht's nochmal mit dem Ingenieur. Weil die Not ja das jetzt so meint. Ich glaube, ich muss man nicht zu machen. Ich hoffe mal, dass die einfach nur gut sind. Kein Problem. Warum halten die komischen Roboter die Kampfavatar so viel aus? Alles klar, Post. Ja, Cäsar. Feindliche Stützpunkt in Sicht. Okay. Ich war sehr... Alles bereit. Hier ist ja nur Luftabwehr. Ups. Die Pitbulls gehen dahin. Und das passt. Passt echt. Also so wenig zufrieden, so kann man nochmal speichern. Dann habe ich den Spaltgenerator gleich fertig. Aber ich glaube, der sprengt unsere Energierahmen. Wird gebaut. Wenn wir da mal was hinterher bauen. Spaltgenerator online in einer Minute. Die Railguns? Die Railguns schon fertig. Bau abgeschlossen. Das ist natürlich super, dass die Railguns fertig sind. Wird gebaut. Die Mammutpanzer kommen einen nach anderen raus. Kommandor? Bau abgeschlossen. Ich wollte gerade sagen, das wäre natürlich cool, wenn er jetzt noch ein Weg bin. Die Railguns-Ziel erreicht. Spaltgenerator ist meine. Leider wird die Zeit nicht übernommen. Ich glaube, das war aber der Fall bei... Kommandor? Die Railguns-Daten aktualisiert. Wird reinglössiert. Ja, hier haben wir auch noch mal Tiberium, was ich auch gleich einnehmen werde. Hier haben wir noch mal ein bisschen Alien-Technologie. Ich werde mir aber noch eine zweite Waffenfabrik gönnen. Und ich werde mal probieren, was man da rauskriegt. Ich weiß gar nicht, was war ein Reaktor? Ich glaube einfach nur... An die Arbeit! Der... Ähm... Energiepunkt, praktisches Kraftwerk, wie bei uns. Bau abgeschlossen. Äh... So, so. Mammut einsatzbereit. Dann geht da auch noch mal eine Mammut-Ruption los. Von 10. Gebäude eingenommen. Hm. Okay. Gar nichts. Auch sehr super. Oder passierte überhaupt noch mal? Und da hat außerhalb der Web... So, jetzt können wir auch schon mal die Ion-Kanone vorwärts treiben. Mammut einsatzbereit. Und wir werden hier mal fix überall Kernpunkte draufsetzen. Und wir haben schon kein... Kohle mehr. Natürlich. Weil so viel Mammut-Produktion ist klar. Ich glaube, wir werden dann noch zwischendurch auch noch mal ein zweites... Äh, na, ein zweites Tiberium-Dinges da. Bauen. Und mir läuft die Nase. Also, ein Moment gleich wieder da. Ich glaube, wir wollen schon mal ein, was ich einfache. Ich musste noch mal ein schaubchen, Pfiff-Bussche... Ich sacheCS-